moin leute und willkommen zurück zu warframe so wie ihr seht sind wir wieder bei unserem kumpel simaris haben uns schon ein ziel abgeholt und zwar sollen wir heute ein moa scannen dreimal ja wir warten auf unseren beitrag so den bekommen wir auf der venus so auf der venus haben wir drei möglichkeiten wir können venera spielen gefangennahme linea rettung oder geht gibt sie geht hier gibt es geht auslöschung mit todes detonation albtraum so wir machen jetzt einmal gefangennahme so wollen wir mal gucken wie der sich hier wieder versteckt vor denen wir ordentlich finden ich komme so wir haben übrigens seit einiger zeit auf unserer nova den des cube drauf mit sein simaris mod und zwar wenn jetzt zehn leute anschießt die dann sterben gibt er uns energie kugel so jetzt aber schon ein punkt das können wir den einfach wenn wir den aber kaputt jetzt so jetzt aber schon 67 jetzt sind auch weiter ja so noch einen tropft eine kugel so jetzt aber eine energie kugel so kommen so nehmen wir den hier mal gefangen jetzt da noch weiter ja geht es so jetzt haben wir wieder eine energie kugel gekommen ich glaube unser des cube der tötet die ja alleine wir sind es laut so jetzt müsste er mal bald kommen jetzt vorbei sehr ist sachter so falle drei punkte sogar bloß so dann haben wir den den ersten schon erledigt drei minuten gebraucht das ist okay würde ich sagen das ist okay so wollen wir nochmal line jumpen so jetzt die frage ich glaube wir machen jetzt mal die anderen missionen noch einfach um zu gucken ob da einer guckt so rettung wird dann könnte vielleicht wieder ja gut auf dem level eher nicht aber wenn die geisel angeballert wird während wir scannen so gucken wir mal so ach unten soll mal lang ja machen wir doch so so ach hier haben wir gleich noch frostlaub he 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 sind immer noch richtig so wenn der jetzt vorher kommt wird das sogar theoretisch schneller gehen ne so der soll nach oben lang natürlich springen wir gegen die ecke bis jetzt liegt er immer noch auf dem weg sie hätten ja auch fies sein können und ihn woanders hinpacken können so jetzt war schon hier bei der bei der rettung das macht er so ist hier zu ach du gott ich hätte jetzt fast die schiffrierer benutzt wir sind immer noch auf dem richtigen weg das ist er schon gut dass wir dem der geisel keine waffe gegeben haben sonst hätte er jetzt da drauf geballert warum können wir das jetzt nicht scannen jetzt so jetzt haben die hier alarm gemacht jetzt haben die alarm gemacht jetzt haben die alarm gemacht dann sind wir ja auch schon wieder durch so 6 frostlaub haben wir bekommen und nebelhaftes phantom x 10 dann springen wir nochmal in die andere mission die geld ich überlege jetzt gerade ob wir Albtraum machen wollen wir machen mal Albtraum mehr als auf die fresse kriegen können wir ja nicht aber dann kriegen wir vielleicht noch einen schönen mod den wir schon haben he 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 so machen wir mal vorsichtshalber hier ein bisschen damage reduction ne so so was ist denn jetzt Todesdetonation spiel zu wenig Albtraum ok die können immer noch nicht viel ab so und dann Scanner brauchen wir mal wieder so so läuft hier unten ein timer oder na toll na toll na toll was ist das jetzt Todesdetonation ist klar ne jetzt jetzt irgendwie gedacht dass unser hp oder so runter gehen oh jetzt sind da hinten noch welche landet oder hat die kommen schon hinterher so jetzt wollen wir mal unseren scatter nutzen nicht das hier unser Ziel und wo ist das hier ist ja dass wir die hier sogar durch die Wände sind ne so so wir kommen wir kommen macht sie alle kaputt oh da muss man was aufheben wartet mal kurz wir uns was aufheben so sagt doch die kommentare ja ja so die anderen sind oben oder da bleibst du auch oben so 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 Scanner ja ja so so wo du würdest du bei interessieren was Trudos detonation ist nach oben hüpfte aber nicht jetzt mal hier schon im ziel war das war doch wieder zurück gleich das ist natürlich doof das ist doof hier gibt es jetzt mehr gegner guck mal her hier wir machen heute schnitzel so jetzt dürfen wir hier mal hin und her laufen alle kaputt so kurz todes detonation explodieren die wenn wir die töten und dadurch kriegen wir schaden oder so den mod haben wir bekommen magazin größe plus kälte für pistole so jetzt noch mal kurz in die karte gucken so der sehr modus todes detonation finden wir denn so was im kodex so erst mal das war doch mal zu unseren kumpel sie machen es und uns unsere points abholen die synthese abgeschlossen so 7500 ansehen und 350 endo so haben wir noch 15 wie soll was so über normalen kram scanne so wir haben den mod auf unseren das cube ja wenn er 10 assist bei kills macht also einmal ein gegner hätte den wir töten oder er ihn selber tötet dann zählt er seine seine zahl oben hoch und dann droppt er bei 10 eine energiekugel so jetzt will ich aber mal schnell in in the orbiter mal gucken ob wir im kodex was finden ich vermute aber eher nicht dass wir hier was finden so universum gibt es hier suche missionen gibt es hier irgendwo albtraum warframes fraktionen mods bilder fragmente hier geht es noch runter ray jack lunaro zepphalon eroberung was das denn nee hier finden wir dazu nichts gibt es hier und was hier gibt es nur mods und dann müssten wir da auf jeden fall mal nochmal nachgucken so jetzt ist das auf jeden fall verschwunden ist auch gar nicht warum er das da nochmal angezeigt hat so hier ist auch todes detonation aber nichts genaues wissen wir nicht gut dann sind wir hier wieder durch mit unseren simaris wie immer wenn euch das video gefallen hat dann lasst ein like da und ein abo und dann sehen wir uns beim nächsten mal spitze bedanke mich tschüss 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 tschüss